Alle noch ein bisschen müde. Guten Morgen. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden. Wir sind seit 6.30 Uhr hier. Seit 6.30 Uhr sind wir am Start. Wir haben auch schon sechs Stücke eingespielt. Das letzte kommt jetzt. Man darf aber nicht vergessen, dass es der 15. Probetag in Folge ist. Stimmt, wir sind jeden Morgen um 6.30 Uhr hier gewesen. Manchmal auch drei Tage am Stück durchgespielt. Das waren die härtesten Tage.